Da sind wir wieder bei Sips 2 und ich habe hier ein bisschen gebastelt. Ich habe so ein bisschen was Dekoration hingestellt und ein paar Hausungen die man beziehen kann. Was habe ich noch gemacht? Ich habe so ein bisschen rum gespielt, einfach mal. Was ich noch getan habe, ist hier was wirklich? Was ist die? Ne, die habe ich doch das. Ja, das mit denen haben wir ja angefangen. Da können wir kurz mal reingehen. Die haben jetzt beide einen Job. Jetzt haben wir das doch bei der Aufnahme abgeschlossen mit den beiden. Einmal kurz reingucken, damit ihr auf dem laufenden seid. Ich weiß nicht, ob wir das komplett letztendlich mal aufgenommen haben oder ich Offscreen noch ein bisschen weitergemacht habe. Ich habe ziemlich viel Offscreen gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt mit dieser Familie auch was gemacht habe. Mal schauen, ob wir weiter haben einen Job. Ich bin der Manus, hatten wir noch eine Aufnahme gemacht, jetzt einen Job haben. So. Jo, alles klar. Das hängt, das hängt hoch. So, ich weiß nicht, ob das hier so hängt. Ich komme hier mal neu starten, weil ich die ganze Nacht laufen gelassen habe. Wir haben gerade Besuch. Weil ich jetzt daran sehe ich weitsicht. Ich habe ja eigentlich ein bisschen rumgespielt. Hier war vielleicht nicht so gut. Grafikeffekt, Reflexion ist hoch, hoch, hoch. Irgendwas hatte ich dann noch rumgespielt. Ach ja, hier. Sichtweite. Sollte ich vielleicht wieder auf Mittel stellen. Das ist so ein sehr groß muss nicht sein, glaube ich. Sichtweite. Was haben wir denn? Optionen? Sichtweite. Nachbarn ein. Dekoration ein. Und Sichtweite. Mittel machen wir mal. Alles klar. Groß. Nicht bei Großkomplex können wir so lassen. Dialog benutze ich den Inhalt. Spielstart einblenden. Okay. Lassen wir so. Alles klar. Können wir weitermachen. Hat es schon geernommen. Ich hoffe. Das brauchen wir nicht. So. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ich habe noch ein bisschen. Aber ich glaube, es geht besser. Ähm. Ja, ich glaube, so weit seid ihr eigentlich dabei gewesen. Ich habe hier, glaube ich, nichts anders gemacht. Das läuft. Wir haben hier Kontakt zu anderen Nachbarn aufgenommen. Wunderbar. Alles gut. Dann wechseln wir mal zu jemand anderem. Ja, ja. So. Was haben wir denn noch gemacht? Mal schauen. Achso, ich hatte ein paar Familien ins Feld geholt, damit ein bisschen mehr Interaktion stattfindet mit Sims. Weil ich fand diese Gegend ein bisschen wenig besiedelt. Da ist ein bisschen ein paar eingehauen hier. Da waren das sicher die nicht. Das ist noch leer. Blender. Ne. Da war mit dem Haus schon mit drin. Na. Können wir es mal sehen, wer da wohnt. Ah ja. Genau. Rot und Katze haben die. Haben hier Blender. Ja. Mhm. Sind reich, ne? So. Haben wir denn Geld? Oh, da haben wir ganz gutes Geld. So. Da kommen wir gleich zu. Monty. Monty. Genau. Die habe ich reingetan. Da haben wir noch eine Familie. Wo habe ich die denn hin versteckt? Die zweite Friede. Die haben wir eben gehabt. Okay. Ah, genau. Ah, dann haben wir diese von Lanze. Die von mir. Okay. Die haben wir auch. So. Wann haben wir noch? Achso, die habe ich reingenommen. Die waren schon vorgeneriert. Die habe ich einfach mal mit reingeschmissen hier. Einfach, weil wir es können. Ja. So. Okay. Und spielen werde ich jetzt mal den Player. Familie Player. Ja. So. Den werden wir ein bisschen selbst spielen. So. Schlafen alle schon brav. Achso, was mich immer sehr stört, ist diese Pixel-Geschichte. Ähm, diesen, äh, ähm, Jugendschutz wegen, ja, wenn wir auf Toilette und gehen und so. Aber man sieht da sowieso nichts. Aber ich finde das eigentlich schrecklich, diese Pixel-Liei immer. Ich werde das unbedingt alles nett sehen. Das geht mir einfach um die schöne Grafik. So, äh, Steuerung, Schiff war das. So, AC. Gucken. Wie das dann funktioniert. So. Ich habe die Kurve eingegeben. So. Äh, wenn ihr Pixel auch aushaben wollt, ich, ich zeige es nochmal. Ich, ne, ihr drückt Steuerung, Shift und dann gibt ihr oben den Befehl-Codes ein. Und das, das soll hier dieses Inprop-Zensor-Grid-Sides und dann auf Null. So, ne, und die Freistellungen müssen alle genau so sein. Sonst geht das nicht, ja. Nur mal gesehen zu haben. So. Dann habe ich, äh, diese Sims hier haben wir Unendlich Leben. Weil das ist, ähm, meine Sims 2-Familie, mit denen ich jetzt hier spielen werde. Ja, einmal hier der Joggle-Player und dann haben wir Joggle-Junior-Player. So. Einfach, damit er nicht alleine ist. Lässt sich leichter spielen, wenn die zu zweit sind. Hm. So, die schlafen noch. Ich habe hier schon ein bisschen eingerichtet. Ah, die haben den Tisch nicht abgeräumt. Wir hatten auch Besuch. Die haben hier noch rechtlich Müll liegen lassen. Was ist das? Was ist denn das denn da? Ach, das ist ein Papierflieger, der kaputt ist. Okay. Ja. Der Kühlschrank ist ganz schön laut, ne? Ist das der Kühlschrank, der so laut ist? Ja, schön. Hier, ganz wichtig. Expressomaschine. Oder für alte Küchengeräte. Aber die Expressomaschine. Teure Expressomaschine. Ja, ähm, mein Geld war ein bisschen knapp. Äh, Pascal hat das schon einen Job. Das muss ich mal checken. Ich glaube, der hat schon einen Job. Ich weiß mal, wie sieht es aus. Handlung, Umgebung. Das gefällt mir natürlich. Alter, das ist noch nicht so ganz. Das müssen wir noch schön machen. Vielleicht werden wir auch irgendwann umziehen in ein anderes Haus, wenn das geht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie das alles so war. So. Was haben wir hier? Wir sind ein Wachmann. Okay. Von 20 bis 2 Uhr. Also heute hat er frei. Und dann, okay. Heute muss er noch nicht arbeiten. Dann aber am Dienstag um 20 Uhr. Alles klar, da haben wir noch Zeit. Dann ausschlafen. Haben wir ein Telefon? Ein Telefon angebaut schon. Ein Telefon brauchen wir. Ja, aber wir brauchen unbedingt noch ein Telefon. Ich muss noch ein Telefon organisieren. Das habe ich vergessen. Einfaches Band-Telefon nehmen wir. Ein billiges. Band, Band, Band. Und das hänge ich hier hin. Fertig. Und dann kann es weitergehen. Achso. Machen wir den Toro an. Wir schlafen ja. Kannst ja auch schlafen. So. Hätten wir. Ich nehme jetzt so an der Zeit auf, an der ich eigentlich gar keine Ruhe habe. Das ist auf dem Samstag vormittags. Ich backe gerade Kuchen. Bekomme noch Besuch. Und die Kinder sind auch schon noch da und wach. Aber sie sind beschäftigt. Aber es kann sein, dass sie mich zwischendurch hier stören werden. Das nehme ich da einfach mit auf. Es sei denn, es ist zu lang. Dann schneide ich das raus. Ich schraube die Aufnahme. Oh, was passiert? Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Halt mal an, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Irgendwo ist ein Unfall passiert. So, der Dattel gleich hier. So, der Dattel hier. Äh, Computer süchte ich. Okay. Recycle. Ich finde einen besseren Job. Ich will mal gucken. Zu Hause so. Roman schreiben können wir auch. Oh, Roman schreiben. Mhm. Job suchen. Ich will mal einen besseren Job noch gucken. Ich bin mit dem Dachmohn nicht zufrieden ganz. So, was ist das, Junge? Der nascht hier irgendwas jetzt. Er ist Chips. Äste nehmen. So. Lass mal die Scheiß Chips. Sie sind ungesund. Darfst du nicht. Böses Kind. Oh, du liegst mal da hin. Genau. Papa, rommst du schon weg? Ja. Das nimm mal. Mal zu essen. Schönen Wackelpudding. Ja, genau. Ist ja auch genauso gesund. Das ist toll. Ich glaube, der Papa muss mal gleich mal was ordentliches zu essen machen. Was haben wir denn hier? Freistelle. Äh, Faulenzer. Caddy. Arbeit und Sechs. Arbeit und Töne. Nein. Weiter suchen. Online-Job. Freistelle. Wissenschaftler. Versuchskaninchen. Nein. Weiter suchen. Irgendwas so. Computer. So hätte ich mir gewünscht. Freistelle. Politik. Wahlkampfberater. Nein. Oder schub. Jetzt noch weiter suchen. Freistelle. Postraum. Wirtschaft. Postraum. Techniker. Was man die denn? Aber nochmal weiter suchen. Äh, ich glaube, der Lütte muss zur Schule. Kannst sein. Ja. Auch geht's. Auch so wenig Geld. Muskottchen. Nein. Bei der Sorge. Okay, heute kann man ja. Okay, wir haben ja einen Job. So, lauf mal. So, schuldig. Jetzt. Okay, dann macht er jetzt mal hier. Räumt er hier auf. Auf Räumen. Auf Räumen. Auf Räumen. Auf Räumen. Okay, das haben wir. Hat der Hunger. Hunger ist er mittelmäßig. Ist nicht so dringlich. Nichts. Dann kann er hier, ähm, frischstückseln, frühstücken. Schneckknappe, Süßigkeiten, frühstücken. Füllte Waffel, Müsli. So, das war so, wenn was ist. Und... Dann kann er noch, äh... Reis verdreht zu lösen. Das muss man, so. Bisschen beschäftigen. Spaß darf nicht auf die Stärke bleiben, sonst... Die Sims machen dann einfach nichts mehr, wenn die total gefrustet und keinen Bock mehr haben. So. Bevor ich keinen Bock habe, ich brauche was zu trinken im Moment. Ähm, Räumt. Räumt. Äh. Zubu. Ja, 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 ja. Das ist gut. Okay, wieso? Was macht der denn da? Weiterzubereiten. Du Arsch. Will ich mich verarschen? So. Ne, lass mir das mal liegen, die Zeitung. Wir lassen dir das mal... Ah, ihm fehlt ein Tisch zu bearbeiten. Ah. Das ist das Problem. Okay, warte mal. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. So. Fertig. Mag das nicht? Ja, ich weiß, es ist nicht schön. Das stimmt schon. Das ändern wir auch. Aber jetzt musst du ein bisschen Kohle reinbringen. Tut mir leid. Wir haben kaum noch Geld. Und wir haben auch nichts in der Umgebung, was wir hier so verkaufen können. Irgendwie so einen schönen Baum oder so, den man einfach wegmachen kann. Ist nicht da. So, lassen wir jetzt mal was essen. Und dann kann er das Kreuzfahrt-Rätsel fortsetzen. So, ist mal ein bisschen schneller. Das können wir ein bisschen zügiger machen. Das ist ein bisschen langweilig. Jam, 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 jam. Mmh, lecker Müslü. Mmh, so schön gesund auch. Uuuh, Müslü. Ich hasse Müslü. So. Und ab. Ja. Dann muss ich auf dem... ... mal Expresso machen. Hopp. Schön Expresso hier. Komm, geht los hier. Ja. Schöner Espresso. Mmh. Danach. Ah, Koffer-Rätsel. So, das macht ja Spaß. Espresso zu trinken, okay. Gut. Das hätte auch einen Sitzen machen können. Wäre vielleicht schöner gewesen. Aber okay. Lass mal rätseln. Das steckt so ein bisschen in die Gehirnzellen. Was muss schon wieder los? Warum macht er nicht weiter? Einmal Computer spielen. Okay. Der Computer ist richtig. Hm. War nichts voll. So. Na gut. Auf den Post. Post holen. Dann fertig bist. So. E-Mail schenken, Jobsuche, Lebensmittel bestellen. E-Mails abruf, Roman schreiben, zuhause suche, ausschalten. Roman schreiben. Wollt ihr den Briefchen jetzt hingelegt? Okay. Mal rüber schreiben. Wir denn mal. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Roman schreiben. Hm. Handlungselemente. Ach so. Okay. Monster. Das ist gut. Versuche. Gespenster. Und etwas Liebe muss da mit rein. Wollen wir irgendwas mit Herz hier? Nichts schönes hier. Das typische Symbol für die. Das ist aber nicht da. Was ist das? Wollte ich ein eigenes machen? Das kann ich noch gar nicht. Ich kann, was du bekannt hast, mit dem Buch schreiben. Aber... Nehmen wir das hier. Dann schreiben wir mal ein Buch. Was ist denn das für eine Rechnung? Dann werden wir später bezahlen. Dann werde ich es. So. So, ich muss mal kurz in den Momenten wieder gleich da. Könnt ihr jetzt auch schneiden. Und ich bin sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020